Willkommen auf der Berliner Fanmeile. Die sieht um diese Uhrzeit so aus. Sie sind mir so lieb und teuer, wie sie es ihrer Mutter und ihrem Vater waren. Ich habe geschworen, ich würde sie immer beschützen und das habe ich nicht. Der Bürgermeister feuert ihn im Frühjahr. Tatsächlich. Er ist doch ein Held. Ein Kriegsheld. Aber wir haben Frieden. Glauben Sie, das kann so weitergehen? Ein Sturm zieht auf, Mr. Wayne. Sie und Ihre Freunde sollten sich lieber vorbereiten. Denn wenn er losbricht, werden Sie sich alle fragen, wie Sie je so maßlos leben konnten, während Sie uns anderen so wenig lassen. Was soll das heißen? Stehen auf. Das war's. Da war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Untertitelung. BR 2018 Du fährst noch? Nein, du fährst. Wieso denn ich? Na, weil du Batman bist. Du siehst doch eben am ähnlichsten. Das geht durch und durch. Das ganze Ding brummt übelst. Das ist der Tumbler aus The Dark Knight Rises und wir dürfen heute da exklusiv mitfahren. Das ist total geil, weil ich schon immer mal Batman sein wollte. Die Ohren habe ich ja ungefähr und da kommt er schon wieder. Wer braucht einen Ferrari oder einen Porsche, wenn man sowas haben kann? Einmal über die Fanmeile damit. Leider keine Fans da, die wir damit heute plattfahren können, aber geht doch so. Die Ohren I'm on him. Geht? Darf ich? Darf ich? Ja? Ja? Ich höre leider nichts. Da drin war das so laut, dass ich, ich konnte nichts hören, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Batman da drin irgendwie mit jemandem kommunizieren sollte, das ist, ich hab das wirklich betraurig, aber es Ich hab's als fake entlarvt, weil das ist so eng, man kann sich nicht bewegen und Batman würde da niemals rauskommen, wenn der Joker ihn angreift, würde Batman erstmal so sich aus dem Ding herausdrücken müssen, die Schlitze zum Gucken sind so groß, man sieht also auch nichts und es gibt nicht mal eine Möglichkeit, wenn du bei McDonalds ranfahren würdest zum Drive-In, könntest du dir nicht mal einen Hamburger bestellen, also sorry Batman, aber ich fahr doch lieber mit dem Trabi zur Arbeit. Ich bin ein, 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 ich bin ein Untertitelung. BR 2018